Hallihallo Leute und herzlich Willkommen wieder zurück bei Let's Play Dishonored. Ja, wir sind hier immer noch bei der Befreiungsmission der Assassinen-Kollegen. Gut, wir haben da ein paar. Da hinten haben wir sogar gerade noch ein Artefakt. Da ist eine Rune. Uh, vorsichtig. Perfekt, okay. Okay, wie kriegen wir jetzt die am besten da weg? Erstmal schaue ich nach wegen den Knochen-Artefakten. Wir haben ja jetzt wieder was. Wenn du aus Brunnen und Kleinteilen löst. Uh. Zählt da auch diese Waschbecken oder einfach nur ein Brunnen? Hm. Ich lasse es jetzt mal draußen, weil wir kommen so wenig zum Trinken. Oder? Ja, ich lasse es weg. Herr Hans, da ist. Okay, wir haben einen da. Da ist. Ach, das ist wieder so ein... Boah, fuck. Wenn die rastlose Hand wird sich gegen das Gemeinwohl erheben. Der Assassine ist wohl einen Stock höher. Ja. Es sind nur zwei auf dieser Etage. Wenn ich das so richtig sehe. Vielleicht kriege ich's hin. Der Hals da ist. Sie wurden gewarnt. Selbst die Litanei der weißen Klippe verbietet den Verzehr von Gartenflanken. Sie selbst... Zeit verlangsamen. Bolzen. Okay, kurz nachschauen. Sollte aber alles tot sein. Und dann direkt den Blick ins Nichts. Nicht, dass ich hier noch Besuch kriege. Granate brauche ich nicht. Okay, es sieht gut aus. Wir haben's geschafft. Auf zur nächsten Etage. Ich muss den als allererstes ausschalten. Jaja, wenn ihr wüsstet wer es wirklich war. Okay, ich warte bis der sich hier wieder umdreht. Ich will den gerne als allererstes ausschalten können. Der ist jetzt viel zu weit weg. Das klappt so nicht. Uh. Okay, mal kurz wieder weg. Der geht immer den gleichen verkackten Weg. Das ist schwierig. Weil sobald der hier sein Gerät einschaltet, sind wir am Arsch. Dann können wir nichts mehr tun. Deshalb möchte ich den wirklich als erstes ausschalten. Wenn ich hier die Zeit anhalte und die beiden ausschalten könnte... Aber dazu muss der sich jetzt wieder umdrehen. Okay, umgedreht, umgedreht, umgedreht. Hallo? Mist, ich hab den falschen Knopf erwischt. Wenn er zurückkommt, verdiene ich mir noch eine Beförderung. Okay, dreh dich um. Zeit verlangsamt. Alle tot. Und die Sicht kann ich wieder weg haben. Ne? Wie geht's dir, Kollege? Kein Problem. Da hat's einen erwischt. Hier waren doch irgendwo Bolzen an den Wänden. Soll ich's da... Hab ich doch gesehen von unten. Ah, okay. Soviel dazu. Da ist der Aufseher, den wir noch kriegen müssen. Dazu später. Hier ist nichts dahinter. Kein Geheimgang oder sonstiges. Ja, das können wir brauchen. Uh. Das war Absicht. Ich benutze direkt mal den Trank. Wir können ihn noch brauchen. Wir haben jetzt alle gerettet. Hoffe ich. Kann ich nochmal nachschauen bei Zielen. Hauptaufgaben. Ich sehe hier nichts von Rette die Geiseln. Deshalb denke ich, wir haben wirklich alle befreit. Gut. Da hinten ist der Aufseher. Da oben ist die Rune, die wir kriegen müssen. Da geht's noch runter. Ich will da nicht rüber springen. In der Hoffnung, dass ich vielleicht noch drauf... Schnellspeicherpunkt. Vielleicht. Die Männer sind unglücklich. Die Gefangenen sind gesichert, aber die Verhöre waren verstorend. Die, die reden, sind schlimmer als die, die schweigen. Und von Daud keine Stürmer. Wir warten. Er wird uns da. Er wird uns da. Er wird uns da. Er wird uns da. Okay, komm. Die kriegen wir jetzt. Nur kurz schauen. Nicht, dass er sich auf einmal umdreht, wenn wir es nicht mehr brauchen können. Ah, die sitzen jetzt gerade nebeneinander. Das ist schlecht. Gut, er ist verschwunden. Gut, was die da unten gequatscht haben, habe ich jetzt ein bisschen überhört. Aber es kam keine neue Nachricht, von wegen neue Ziele oder so. Wir haben einen ausgeschickt. Ich möchte gerne die Rune schnappen. Wahrscheinlich ist das eine geschlossene Kiste und ich musste jetzt den alten erledigen. Da kommt der mit der... Oh, genau. Perfekt. Den will ich hier sehen. Das soll ich nur umdrehen. Der macht mir mehr Sorgen als der Aufseher da unten. Okay. Der ist hin. Jetzt haben wir nur ein Problem. Da ist noch einer davon. Äh, Zeit verlangsamen. Oh, oh, das wird jetzt... Das wird jetzt, äh... Klappt. Perfekt. Perfekt. Okay, ich habe ein bisschen Zeit, bis da... Okay, jetzt haben wir ein Problem. Aufseher, einer ist da und der Typ ist noch dort hinten. Keine Toten hier. Alle verschwunden. Ist der gerade aus der Tür verschwunden? Das wäre nämlich sehr praktisch. Der wurde jetzt einfach hier alleine gelassen. Der Typ ist raus. Da hinten... Hat man ihn noch kurz gesehen wegrennen. Laufen, was auch immer. Würgestau können wir nicht mehr brauchen. Den Bolzen haben wir gerade verschwendet. Achso, benutzt. Er war ja nicht verschwendet. Okay, wie machen wir es jetzt? Ja, das habe ich schon befürchtet, dass da hinten... Mist, er hat ihn fast gesehen. Wer halt da ist. Ich möchte ihn gerne irgendwie hochlocken und hier eine Mine platzieren. So, wie es aussieht, kommt er gerade hoch? Oh, oh, das wird jetzt blöd. Kann ich einen Teleport benutzen für irgendwo hin? Kriege ich das hin? Ich glaube nicht. Habe ich... Habe ich irgendeinen guten Platz hier hinten vielleicht? Komm, komm, geh da runter. Perfekt. Der sieht mich hier nicht, hoffe ich. Ich komme nicht so weit zurück, dass er mich nicht sehen könnte. Ah, der verschwindet wieder. Das kann ich nicht so... Mann. Okay, wie mache ich das besser? Wir nehmen die Mine wieder mit. Jetzt kommt der nächste hoch. Mist, wie mache ich das jetzt? Der sieht mich doch hier auf jeden Fall. Hallo. Ich bin nur hier. Kümmer dich nicht um mich. Gut, ich habe den ausgeschaltet, aber ich kriege den da nicht zusammen. Aber gut, der kann mich also hier nicht... Ja, wie auch immer, er mich nicht gesehen hat. Ich frage gar nicht. Wie wäre es, wenn ich hier einfach eine Beatzmine platziere? So, da, nimm. Jetzt komm hoch. Komm hoch. Ja, perfekt. Genauso. Das wird vielleicht ein bisschen laut. Was? Okay, es war überhaupt nicht laut. Er ist einfach instant verbrannt. Mit dem Gerät, mit allem. Vorsicht. Nicht, dass der mich hier sieht. Okay. So, dann kümmern wir uns jetzt um den Wertenherraufseher. Er hat einen schönen geraden Blick in eine Richtung. Wir könnten also vielleicht hier einfach mal runtergehen. runtergehen. Nicht so ganz. Okay, wie kriegen wir den? Ich möchte es jetzt nicht zu laut machen. Betäubungsbolzen müsste eigentlich ausreichen. Obwohl, eigentlich tut es auch ein normaler Bolzen, wenn ich mich so überlege. Ach so. Klappt. Brief. Okay. Aus der Pike. Ich habe das Handelsgebäude unter der Kontrolle gebracht. Blablabla. Blablabla. Männer durfte da und die Auftrag in unsere Gewalt bringen. Hat leider nicht so geklappt. Okay. Missionshinweise. Was haben wir denn neue? Aufgaben. Neu formieren. Befiehlt den Gegenangriff. Perfekt. Zirkus. Okay. Wir haben neue Kräfte oder wie? Ach, wir haben wieder drei Runen. Beweglich. Blutdurst. Vitalität. Ne. Machen wir nicht. Wir warten hier auf Teleport oder Blick ins... Teleport. Zeit verlangsamen. Wir haben einen noch kürzeren Moment an. Du kannst dich normal weiter bewegen. Ja. Assassinen rufen wäre auch ganz geil. Aber ich glaube wir machen... Über kurz ist das. Während das Ziel hält, seit du dich nicht bewegst. Das hat... Was ist jetzt der Unterschied von Stufe 2? Kann ich da rüberscrollen irgendwie? So. Besser als Schleichen geeignet. Hat sich hier gar nichts vom Text... Hat sich nichts verändert. So wie ich es hier sehe. Vielleicht einfach eine höhere Distanz, aber steht trotzdem kurz. Deshalb... Naja. Kurz nachschauen. Hier ist aber gut. Befiehlt den Gegenangriff. Das heißt, wir gehen zu unseren Kollegen. Jetzt haben wir nur ein kleines Problem. Nämlich sind hier außerhalb noch andere Leute am Werk. Aber die... halten uns nicht auf. Der ist hin. Assassinen da draußen. Wie kommen wir da... Achso, wir sind wieder hier. Ich sehe schon, wo wir sind. Hier sind wir. Mit dem... abgetrennten Körperteil. dem Guten. Okay, hier ist ja eh alles tot. Wir könnten eigentlich... ganz normal durchspazieren. Also ich hoffe mal, hier ist alles tot. Nicht, dass ich hier noch Besuch kriege. Aber ich glaube... höchstens hier unten noch irgendwas. Aber ich glaube, die haben wir auch alle. Okay. Unser Assassinen... Kollegen sind alle noch nicht da. Die haben sich nur unsichtbar gemacht. Was soll ich tun? Gefangen nehmen oder töten? Schwierig. Wenn wir sie gefangen nehmen, wüssten wir vielleicht, wer dahinter steckt. Und kriegen vielleicht mehr von der Geschichte. Wenn wir sie einfach töten... Haben wir ein Statement gesetzt. Ich würde sagen, nehmen sie gefangen, weil es... Ich müsste böse spielen. Müsste sie töten. Aber um die Story vielleicht zu erfahren... Gefangen nehmen. Schnappt euch so viele wie möglich. Ihr Plan ist gescheitert. Meister Daud. Gegenangriff. Ach, hier könnten wir Leben regenerieren. Aber... Brauchen wir nicht. Ah, ihr... Ihr seid aber schnell. Berichte mir. Der Anführer der Aufseher ist tot. Wir haben ihn den Flusskriechern überlassen. Nachdem sie unsere Männer befreit haben, wurden die übrigen Aufseher ausgeschaltet. Die Handelskammer gehört wieder uns. Sie hatten einen größeren Angriff geplant. Aber diese Gruppe Aufseher griff früher an. Ohne Befehle vom Orden. Wo ist Lurk? Ich bin hier. Wurde aufgehalten. Aufseher haben uns festgehalten. Sie... Oh... Du... Ja. Ich. Alles läuft wie geplant. Aber ich hatte gehofft, dass die Aufseher sie beim ersten Versuch erledigen würden. Aufseher Hume war nur etwas zu ehrgeizig. Aber zum Glück habe ich immer noch ein Ass im Ärmel. Lurk? Tut mir leid, Daud. Sie wussten, dass es so kommen würde. Auch wenn sie noch nicht damit gerechnet haben. Sie haben nachgelassen, seit die Kaiserin tot ist. Jetzt bin ich dran. Ihr kleines Reich zerfällt. Ihre Männer sterben auf den Straßen. Und unser dunkeläugiger Freund ist nicht mehr auf ihrer Seite. Sei still, Delilah. Du hast recht. Aber ich werde Respekt zeigen. Daud? Klingen raus. Wir machen das ordentlich. Wir zwingen, Billy Lurk. Ja, toll. Was ist sonst noch Wünsche? Alter, ich dachte, die wären Kollege von mir. Da mal ein bisschen eine Falle da und... Ach, ich habe keine Fallen mehr. Ähm... Das ist ein Kampf, ich will keine Assassinen rufen. Zeit verlangsamen wäre zu einfach. Das wäre mies. Würgestaub ist auch ein unfairer Kampf. Es wird wohl auf ein Zweikampf mit Bolzen und Schwert auslaufen. Komm her! Ah! Wo bist du? Ha! Unterschätze mich nicht, Lady. Au! Komm her! Den Zweikampf verlierst du! Wir haben extra einen Knochen-Artefact drin, dass wir den Zweikampf gewinnen könnten. Achso, erhöhter Chance. Au! Na! Haben wir! Nope! Wo bist du? Hab dich! Hallo? Achso! Ich wusste, dass es so kommt, Daud. Das ist unser Schicksal. Kann ich das nicht irgendwie anders machen? Muss ich sie töten? Sieht wohl so aus. Tut mir echt leid, du warst mir eigentlich sympathisch. Tja. Billy Lurk ist tot. Du hast einmal gesagt, Billy Lurk sei deine beste Schülerin. Schnell und stark mit scharfem Verstand. Die einzige Frau, die du je unterrichtet hast. Sie war sogar skrupelloser und hinterhältiger. Als du dachtest. Aber mit dir konnte sie es nicht aufnehmen. Deshalb werden die Eltern ihren Kindern mit der Legende von Daud, dem Messer von Dunwall, Angst einjagen. Daud, der sich nie für eine Seite entschied. Der die Herrscher der Stadt jagte. Niemandem Treue schwor. Der Aufseher und sogar eine Kaiserin umbrachte. Ich bin schon gespannt auf das letzte Kapitel. Was geschieht mit grausigen Monstern? Letztendlich. Das letzte Kapitel heißt das, wir sind schon bald am Ende. Oh, wir haben alles gefunden. Ich bin beeindruckt von meiner grandiosen Leistung. Also, so gut werde ich es nie wieder schaffen. Chaos Faktor hoch. Gegner eliminiert für das, für, also eigentlich dafür, dass wir Gegner eliminieren sollten. Haben wir gut gemacht, würde ich sagen. Wir haben vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber gut. Aller Assassin gerettet. Tatsächlich. Geil. Ähm, dann würde ich sagen, fortsetzen. Ach, das war's? Es gibt kein weiteres... Ach so. Ich dachte wir werden jetzt wirklich noch irgendwie hingerichtet oder so, aber... Wow. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, wir kriegen jetzt vielleicht noch Besuch von... Äh, wie heißt unser werter Kollege? Von Corvo. Der uns, der sich eigentlich an uns rächen will, weil wir die Kaiserin umgebracht haben. Also, hätte ich jetzt noch erwartet, wäre noch geil gewesen. Aber, wieso verpixelt bei mir grad das Bild so extrem? Das ist übertrieben beim... Ich hoffe das, wahrscheinlich in der Aufnahme auch, aber das ist grad auch das Spiel, das so übertrieben verpixelt aussieht. Man sieht's, wenn die Bilder einflackern, so dieses... Pixel... Ja, ich hoffe das... Wahrscheinlich wird's in der Aufnahme sein. Ist die letzte Folge, deshalb... Tut's mir leid, ich hoffe ihr... Verzeiht mir. Ist aber grad echt extrem. Ich hoffe es ist in der Aufnahme nicht, aber... Doch irgendwas stimmt da nicht, sehe ich gerade. 30 FPS auf einmal wieder? Hä, was ist los? Hat sich Dextry wieder umgestellt? Müsste eigentlich nicht. Es hängt doch 30 Frames rum. Na gut, dann haben wir halt leider die letzte Folge nicht auf 60 FPS. Ich hoffe ich krieg's das mit dem Render-Eigner hin. Ja, ich werd das schon irgendwie hinkriegen. Nun gut. Ja, das war's mit dem zweiten DLC von Dishonored. Und ich werd mich gleich an das dritte setzen, damit wir das auch noch durch haben. Ich muss sagen... Vom Level-Design war das DLC echt geil. Also der erste Level mit den ganzen Walen, also mit den Toten Walen und so, also mit dem Lebenden und so. Das war schon echt geil. Jetzt vom Aussehen her, nicht jetzt vom Tierquäler-Standard. Das war schon ein bisschen darunter. Aber jetzt vom Design her war's echt geil. Auch die ganze Geschichte. Ich hätt mich jetzt sehr gefreut über noch ein weiteres Kapitel, wo einfach noch vielleicht auch eher am Ende draufgehen würde. Weil es ist eigentlich ja der Böse, den wir spielen. Auch wenn... Und so... Auch wenn jetzt... Ja... Ich hätte es vielleicht noch erwartet, dass er irgendwie hingerichtet... Also hingerichtet... Klingt jetzt hart. Dafür, dass wir ihn spielen. Aber vielleicht noch so seine gerechte Strafe... Irgendwie noch bekommt. Weil... Er... Hat alles angefangen. Er ist der Mörder der Kaiserin. Auch wenn ihn jemand anders dazu beauftragt hat. Der ja auch schon tot ist. Dank... Korvo. Aber gut. Es ist kein... Also... Die... Lyrics hier, die durchgehen, haben jetzt keine rechte Musik dahinter. Deshalb quatsch ich einfach drüber. Ich denke, ich lass jetzt das noch einfach... Lass ich das durchlaufen? Es ist jetzt nur das DLC. Ja komm, ich lass es noch durchlaufen. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Beim nächsten DLC. Bis zum nächsten Mal. Bei Let's Play Dishonored. mit ein bisschen jetpack. Tschüss! Halt oder werden wir? Da, ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020